So, äh, ja, weiter, neues Glücksluss, ansonsten können wir uns auch nochmal die neuen Kuscheltiere und die neuen Charaktere angucken. Das können wir, ja, das können wir auch nochmal zwischendurch machen, so, neues Kuscheltier, das freut mich. Äh, neues Kuscheltier, bla bla, wieder neues Kuscheltier, neues Kuscheltier. Neuer Held freigeschaltet, okay. Gewehre. Ah, hier steht ja auch mal drüber, was ist, ne, hier die Biografie, der läuft ja mal richtig scheiße, ne, aber diese Easter Eggs zeigen auch, dass das Spiel eigentlich für die Miu erst entwickelt wurde und dann, ne, dann halt später gesagt wurde, ey, komm, wir müssen das jetzt auch nochmal. E-T-F, eine Million? Jetzt wurde ja von Ubisoft gesagt, ey, jetzt muss das, jetzt muss das nochmal alles auf die anderen Konsolen drauf, weil, keine Ahnung, weil Geld, ja, das ist das neue, weil Baum in Aron, jüdisch. Aber macht auch Sinn, ja, macht tatsächlich Sinn, so, Kuscheltiere, come on. Deshalb hat sich der, ja, der Release um Good Idea verschoben, was er in die Welt aufgeregt hat, aber, ja, komm, mich hat's ja nicht gestört, weil ich da das Spiel irgendwie nicht auf dem Schirm hatte. So, sollte aber auch erstmal egal sein, ihr habt jetzt alles gesehen, alles, so ein Kuscheltiere, und ich glaube, die Ruben sind die coolsten, oder? Ne, das hat, glaube ich, was mit einer Etage zu tun, oder? Hier auf der zweiten Etage gibt mir immer so eine Münze, und die anderen hier nur Looms, glaube ich, ja. So wird sein, ja, Leute, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Part wieder, ich denke, und hoffe, ihr habt Spaß, und, ja, bis denn, und tschö. Willkommen, Leute, wir sind zurück hier bei Rayman Legends, und wir begleben uns, und umgegen mich einfach in die zweite Welt, denn hier sind wir beim letzten Mal stehen geblieben. Haben wir ja hier auch die Zeit-Challenge gemacht, ja, eigentlich viel passiert im letzten Part, ja, ne, relativ feilt, ja, relativ feilt. Ich hab das Gefühl, die Welten sind, oh, Sprinten, ja, okay, ich hab das extraherzglauben, sauer. Der Fluch der Kröte, ah, ja, das war wieder Murph-Level, ne, ich hab grad nicht wirklich auf das Thumbnail geschaut. Was hast du hier nochmal für ein kranker Typ? Ah, ja, ach, ne, der hilft uns ja, genau, ich dachte, das wäre irgendein Gegner. Ja, wieder so ein böser Luhm vielleicht, hätte ja sein können, hätte ja sein können, und ich hab das Herz schon verloren, leider. Ähm, komm, ach, wir können mit unseren Fäusten auch, oh, schön, das ist geil. Wenn wir mit unseren Fäusten auch das Feuer von denen kaputt machen können, quasi. Ähm, b b bl 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 bl, ach ja, das ist, oh, versteckte Luwens, können wir die damit auch nicht einsammeln, ne? Nee, das wäre jetzt auch zu schön gewesen. Ja, wäre ein bisschen overpowered gewesen. Nee, ich habe das Gefühl, die Welt ist total... Die Welten hier sind total lang. Mit total lang meine ich auch total lang. Haben wir schon einen Lumen ver... Ja, ja, quatsch, einen Lumen. Ich komme durcheinander.